Patrick, du hast es eben schon gesagt, du rechnest damit, dass dieser schreckliche Vorfall Konsequenzen haben wird. Konsequenzen welcher Art und bei wem? Also erstmal wird, glaube ich, die Saison wird weitergehen und die Bills werden spielen, weil der Tenor in einem Football-Team ist in so einem Fall nicht ein Next Man Up, das wäre das völlig Falsche, aber ich glaube, dass der Tenor sein wird, jetzt müssen wir es für Demar, Hamlin, jetzt müssen wir uns zusammenreißen und du weißt auch, auch wenn Hamlin jetzt mit seinem Leben ringt, würde er wollen, so funktionieren Football-Spieler, oder dass sie die Saison zu Ende spielen und den Superbowl in seinem Namen gewinnen oder so weit kommen wie möglich, das willst du als Football-Spieler, der dann auf dem Boden liegt oder auch wahrscheinlich der mit seinem Leben ringt, wahrscheinlich schon, wenn er überhaupt darüber nachdenken kann, aber die werden spielen, dafür ist dieser Zirkus viel zu groß, aber ich glaube eher, dass die Auswirkungen jetzt gar nicht so unbedingt aufs Spiel einen Impact haben, sondern eher auf die Spieler, die das Spiel spielen, weil viele werden sich fragen, okay, sind die Millionen, die wir kriegen und wir sind ja immer schnell dabei zu sagen, ja gut, die verdienen ja Millionen, dann shit, ja gut, andere machen sich die Knochen kaputt im Bergwerk, aber American Football ist ein verdammt gefährliches Spiel und jeder, der dieses Spiel weiß, worauf er sich einlässt, aber ich glaube, jeder nimmt Verletzungen in Kauf, aber sein Leben dafür herzugeben, ich glaube, das will keiner und ich schätze mal, dass viele Spieler sich fragen werden und wahrscheinlich auch eher die Veteranen, die schon einen gewissen Standard haben und die einen gewissen Kontostand haben und es sich leisten können, werden sich fragen, okay, will ich diesen Sport weitermachen? Ich glaube, dass wir nach der Saison noch einige hören werden, die sagen, hey, pass mal auf, ich gehe ins Retirement, weil DeMar Hamlin hat mir gezeigt, es gibt Wichtigeres als American Football, aber was soll die NFL machen? Du kannst, das Rätsellösung ist zu sagen, okay, wir spielen Flagfootball, weil immer wenn du eine Kollision hast, ist die Gefahr da, dass was passiert, also insofern, ich glaube nicht, dass die Player Association da irgendwas machen kann, jetzt ist das Wichtigste einfach, dass er überlebt und dass er wieder auf die Beine kommt.